Dieser Ford Transit Sustum steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Tempomat, Bordcomputer, elektrische Fensterheber und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.